Das wär lieb, dankeschön. Oh oh. Das war ja so klar. Ein Unterwassergegner muss da sein. Oh oh. Nein! Oh nein, ich in den Baum. Natürlich, natürlich. Ach komm, Digga. Wirklich jetzt. Ja, hier war die Mutter und so. Ja! Nein! Warum? Komm Digga, wirklich. Irgendein Scheißding. Das ist aber nice, Pepe. Pepe, lass uns aber rüberwachsen. Medics nimmt immer, hab ich gehört. Oh, wer bist du denn? Oh oh. Ja, Spendenaufruf fürs MD, bitte. Danke, Surin. Ich sehe, du hast es verstanden. Wer bist du denn, mein Freund? Warum? Also kommst du auch näher, oder? Mach also Spaß. Oh, das ist der nächste Dis. Hahaha. Oh, der hat ja nicht so wirklich Bock, erstmal keiner sein. Oh. Hoppala. Ich bin overwicht. Was? Was? Oh, wow, let's see if you knew this. Was ist das? Kling! Ach, Gift. Scheiße. Feuer vergiftet. Gut, also Chat, ihr habt das gemerkt. Screenshot euch das ab, wenn dieser sich jemals beschwert, dass ich zu viel Zeit mit Pepe verbringe, könnt ihr genau diesen Screenshot dann posten, ne? Oh fuck, das wollte ich nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das wollte er jetzt so tun, als wenn er aufgibt, oder was? Oh shit, das war's. Das war's. Das war's. Wie geht's mit Blick auf? Oh shit. Das war's. Ich bin gefeiert. Wie geht's mit Blick? Das war's. Nein, das waren ja die Affen. Verdammt. Oh nein, jetzt habe ich so einen coolen Move verkackt, Alter. Oh, jetzt verkackt ich es noch wegen ihm, oder was? Oh, da steht der. Oh nein, das ist ja unfair. Ne, wir gucken heute mal. Also ich möchte ein bisschen streamen, ich möchte ein bisschen Wokong weiter zocken. Ich habe übel Bock, Wokong weiterzuspielen. Und deshalb euch auch ein bisschen, sollt ihr wirklich dann allzeit, ja gerade auch mit dem Husten und so, sollte das so weiterbleiben, dann mache ich auch nicht so lange. Der schon gesagt hat, nächstes Mal gibt er uns lieber 200 Wokong. Also das mit den Tränkenpreisen ist okay, muss man sagen. Ja, zum Glücksspiel generell, ne, brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber du machst nur deinen Job, ne, also dir kann man eh nichts vorwerfen. Dex, viel Spaß in der Frühschicht, halt durch, mein Junge. Mann, ich will dich anvisieren. Ich komme nicht vorbei. Oh, ich glaube, hier geht die Story weiter, kann das sein. Ich habe Tomatendrücker. Habibi, was kannst du eigentlich nicht, oder? Rina, danke schön fürs Follower, nice. Dein neuer Account, ne? Dankeschön, bedanke, mein Schatz. Dankeschön, Hallöchen. Ähm, was ist denn jetzt los? Nice, Sophia. Ich war einmal da. Ähm, ola. Ne, Master, kann ich aber verstehen. Was mich halt interessieren würde, was man mit den Menschen macht, wenn man wirklich merkt, die sind echt süchtig. So, weißt du, das würde mich mal interessieren. Was, ich kenne keinen, der da irgendwie so generell arbeitet. Die machen nichts, okay. Er kommt wahrscheinlich drauf an, ne? Also, Glenn hat mit dir ja wirklich einen Hauptgewinn gezogen, ne? Du kannst ja alles. Die Sophia könnte auch für die Avengers arbeiten. Sag mal, Sophia ist es jetzt schon da, der Endbus, muss ich da wieder zurück? Kann es sein, oder? Muss ich ehrlich sagen. Ne, ne, wenn, dann Landstraße. Landstraße ist einfach schöner, angenehmer und es hört sich dumm an, aber es ist weniger gefährlich. Das wär lieb, Dankeschön. Oh, oh. Das war ja so klar. Ein Unterwassergegner muss da sein. Oh, oh. Oh, nee, noch so einer. Oh, nee, noch so einer. Zwölf Stunden Motorradfahren. Ach, die Scheiße. Ich fahre mit Zug. Ich komme mit Zug, alles gut. Dann hole ich mir lieber die Seuche im Zug, Alter. Mittlerweile, ja. Danke. Danke, Pepe. Aber dann können wir ja nicht in den Laden reisen. Sophia. Oh, no. Sophia. Wenn das schon kommt, der ist easy, ne? Oh, ich will auch Blitze schießen. Oh, ich will auch Blitze schießen. Oww Oww He fucks his tutus Ich glaube, ich muss sein Moveset nochmal sehen. First Try geschafft, ja klar Sophia. Du schaffst immer alles First Try, weil du besser bist als ich. Nein! Oh nein, ich bin im Baum. Natürlich, natürlich. Ach komm Digga, wirklich jetzt. Ja hier, deine Mutter und so. Ja! Nein, warum? Warum? Komm Digga, wirklich. Ich bring dein scheiß Ding. Hau, vergiss dich einfach. Komm, komm. Komm, komm. Puh, komm. Ich bin im Baum. Ja hier. Ich bin im Baum. Vielen Dank.